so es geht weiter nach einer etwas längeren unterbrechung diesmal ohne kamera ich mache das gerade hier so ganz spontan damit es hier mal weitergeht ich habe mir das ist mal angeschaut ich muss hier dieses türschloss öffnen und muss rüber da drüben das türschloss ebenfalls öffnen aber das wenn sofern ich jetzt hier das schloss öffne sind die ganzen monster wieder da die zurks und diese höhle ist halt ein monster damit ziemlich einfacher ist ja gut machen wir erstmal diese ganzen eier hier weg ekelhaft dieses ungeziefer so hier sind wir los da haben wir schon mal die kleinen ratten wir haben jetzt alle nicht doch nicht was alle erledigt so der eine der kann mich mal kommt er jetzt her oder was da läuft das einfach so rum aber der eine der tut das nächste sache ok müssen dann einmal darüber hier und dann ok ich renne schon mal ich bin ich bin ich bin Okay. Och, es geht weiter. Oh, no. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh. Nein! Scheiße! Ich laufe jetzt einmal ganz wild... ...geradeaus. Gott sei Dank. Das ging doch mal nicht los. Oh nein! So, ich glaube, wir haben jetzt Erinnerungen übersehen. Naja. Werden wir da drüben genau hier rausgekommen? Ne. Okay, bevor wir hier weitergehen, schaue ich mal, ob da drüben ist. Ne, da kommen wir nicht rein. Okay, dann gehts nur hier lang. Oh. Hm. Ist das... Ne, sah aus wie ein Knochen. Ach. Wen haben wir denn da? Hallo, wer bist du denn? Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenwildler? Der Außenwildler hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Das Ameisendorf. Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist die Maschine. In die Maschine. In die Maschine. Ich weiß. Ich war der Wissenschaftler. Ich war ein Mensch Das ist ein Plot Twist Okay, dann schauen wir uns hier erstmal um Wir müssen uns ja mal nach all der Zeit wieder wie eine Katze benehmen Wir haben viel durchgemacht Ach, da haben wir was Wir können uns ja nicht mehr was merken Okay, dürfen wir nicht vergessen Wir müssen hier wieder zurückkommen Wow Ist ja richtig hübsch hier Ich bin eine Katze Die Depri-Phase brauchst du nicht beim Geschieben Oh ha Oh ha 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 Sag es bloß nicht, du willst zurück. Der hat es glaube ich auch aufgegeben. Na, das ist doch mein Boot. Na, wir gehen erstmal runter. Wir fangen erstmal. Wir gehen erstmal runter. Oh, eine Erinnerung übersehen. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr das hier alles lesen könnt. Ne, ich lese das jetzt nicht vor. Ist hier hinten noch irgendwas? Na? Ne, okay. Müllbraun. Okay. Na dann viel Spaß. Ich wollte gerade sagen... Hab ich mit dir schon gesprochen? Ne. Okay. Aber der will auch nicht. Aha, was haben wir denn hier? Ja. Na gut. Ist also die Tante. Okay. 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 Das ist der Defluxor... bla 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 kaputt ist, ist natürlich schade. Schöne ist es ja hier. Hier ist ein Baum... Wasser, bisschen Müll. Wasser, bisschen Müll. Wasser, bisschen Müll. Oh. Das war ein Bug. Wenn das mal keine Würdigung des Kochs ist. Na, da wollte ich nicht hin. Ich denke mal, hier ist jetzt nichts wirklich. Hier finden wir jetzt nichts. Ach, wir können hier direkt runter. Steigen hoch hinauf. Hier geht es nicht weiter. Okay, das scheint jetzt hier nicht... Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Ah. Ah. Okay, sie scheint nicht hier zu sein. Die scheint aber nicht hier zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine indirekte Quest ist hier, dass er gesagt hat, er braucht noch was. Mensch, das sieht mir nach Tageslicht aus. Okay, so wie es aussieht. Aber ich glaube da ganz unten war noch was, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir haben noch nicht alles gesehen. Tu dir bloß nicht weh, Kätzchen. Okay. Okay. Ich will aber trotzdem mal runter. Okay. Okay. Hier waren wir aber noch nicht. Ach, hier sind wir wieder bei denen. Okay. 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 Designer. Gibt's doch ne Quest. Kann man hier irgendwie weiter? Ich sehe gerade. Wir haben einfach das Abzeichen da dran, ne? Cool. Ich habe vergessen, was er noch für eine Farbe gesucht hat. Okay. 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 Das habe ich ja schon gesprochen. Okay. 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 Och. Okay. 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 Cool. Nice. Ok. Ne, irgendwo. Wo war denn das? Da müssen wir doch nochmal runter. Die waren glaube ich sehr weit oben. Nein. Genau, hier war das. Achso, eine haben wir noch. Gelb. Ich würde sagen, der führt mich zur gelben Pflanze. Ja. Okay. Das fällt mir jetzt erst auf, dass die Eier zur Pflanze führen. Okay, ne doch nicht. Ich habe nichts gesagt. Wir kommen jetzt nochmal hoch. Hier war das doch. Mensch. Ich hefte doch. Oh, sehr schön. Dann würde ich jetzt mal sagen, jetzt haben wir alles. Ja. 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 Da sind Berge alle gekommen. Okay. Okay. Eine U-Bahn-Station. Das ist doch mal interessant. Die haben sich auch hochgeladen. Okay, zwei Erinnerungen haben wir bisher verpasst. Hat sich doch ziemlich gut gehalten, der Bahnhof. Ich denke mal, wir werden vielleicht noch mit der Bahn fahren. Wir schauen uns jetzt hier um. Nee, ich denke mal, wir laufen. Ist zu. Ach, hier ist auch Zug. Okay. Die Metro. Wir scheinen in England zu sein. Die Metro ist aufgrund der Passage. Pandemiebeschränkung geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Das erinnert mich doch an irgendwas. Das ist. Oh, die Musik ist. Okay. Gets them? Ne. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Weiß ich nicht. Oh, wir haben eine Erinnerung übersehen. Ach, Mann. Ich habe eine Erinnerung übersehen. Geil. Was ist denn jetzt weggerät? Was geht hier ab? Unruhestifter, Außenwettler, Rebellisch. Bitte jegliche Beschreibung melden. Eklige Sichtung. Komme ich nicht auf Beschreibung? Verstehe. Geil. Sehr interessant hier. Ich denke mal da müssen wir irgendwann hin, aber zuerst müssen wir hier jemanden suchen. Okay, ja. Wow. Wow. Ey, die Slums halt, ne. Hier ist weiter nichts. Ne, nix. Residenz. Okay.